Ladies and Gentlemen, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute spielen wir Motherfucker, nein, Mother Russia Blut. Super, geiles Spiel, Leute. Es ist ganz neu, auch wenn es von 1970 aussieht. Das Spiel sieht alt aus, es sieht älter aus als ich, aber es ist brandneu, ganz neu rausgekommen. Ich habe gelesen, es ist ultra, Hammer, Mega, Brutal, Schwierig. Aber deswegen, wir machen kein Let's Play oder so. Ich werde ein paar Videos aufnehmen und dann gucken wir, wie es weitergeht. Versteht ihr? Ich habe keine Lust. Versteht ihr, was ich meine? Dann komme ich nicht weiter und dann Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und dann Stress. Okay, wir machen Arena. Es gibt kein Entkommen. Ja, das ist cool. Also ich habe ein bisschen natürlich geschaut, wie es so ist. Also das ist die Arena-Version, also Version Modus. Und das ist Geschichte, Story, Arena. Wir machen ein bisschen Arena. Ja, Sergei, also es ist ein russisches Spiel. Ivan Drago, Natascha, Natascha und Boris. 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 Ich nehme Boris. Und das sind die Drogen, äh, ich meine Medikamente, die man nehmen kann. Gut. Putschen, äh, rutschen. Wie kann ich rutschen? Keine Lust? Doch, doch, immer. Aha, aha. Okay. Let's get ready to rumble. Ich wünsche mir viel Glück. Hals- und Beinbruch. Oh, Boris. Boris. Von wo kommt Boris? Von Kiew. Nein, das ist Ukraine. Aus, warte mal. Wo ist Russland? Warte, ich muss überlegen. In Europa. Nein, doch, doch, Asien. Nein, Europa. Ja, Boris. Boris, was machst du, Boris? Oha. Er hat mehr Augenbrauen als ich. Er muss sterben. Lan, ich treffe niemanden. Boris, steh auf, Boris. Du bist die Zukunft. Lan, wieso schlägst du mich, du Scharmutau? Boris kann Arabisch. Boris hat viel Leben verloren. Hey, wieso habe ich so viel Leben verloren? Alter. Welle 1. Guck mal, wie viel Leben ich habe. Ich bin so schlecht. Oha, grün. Hey, chasse, grün. Wo ist Natascha? Man kann übrigens zu viert spielen, glaube ich. Und ich habe gelesen, dass das Spiel extrem schwierig sei. Glaube ich nicht. Nichts kann schwieriger sein als Dark Souls. Oder doch. Doch, Mega Man. Also, gib ihm. Nein. Boris, pass auf. Ich kann auch andere Sachen. So, seht ihr? Oha. Er verreckt. Verrecke. Oha, am Tanzen. Am Zittern. Ey, wo sind die Gegner? Komm mal. Oh mein Gott. Ivan ist auch geil. 3 Meter groß. Ah, guck mal. Arnold Schwarzenegger. Stirb. Ich hasse auch noch Schwarzenegger. Nein, nein. Ich mag ihn eigentlich. Boah, das sieht wirklich gut aus. Ich meine, jung geharrten, ne? Wie alt bist du, Moruk? Ah, Welle 2 kommt. Oha. Aufpassen. Unser Ziel ist Welle 3. Kleine Ziele, dann werden wir auch nicht enttäuscht. Aber Boris hat schon drauf. Gib ihm. Hey, ich habe bis jetzt keine Kombination gemacht. Unglaublich. Ei. So. Oha. Oh mein Gott. Er rastet aus. Ich habe noch Drogen. Ich meine Medikamente, die ich nehmen kann. Stirb. Was steht da oben? Hataba, was ist das? Keine Ahnung. Egal. Ist Russisch. Ich verstehe kein Russisch. Meine Eltern sind Russe. Ich komme aus Kiew. Was ist passiert? Oha. Ist noch nicht tot. So wird es. Jetzt. Also das Spiel ist echt geil. Viel Blut. Das ist gut. Guck mal, wer... Oh nein, deutscher Schäferhund. Ich hasse. Oh nein. Oh nein. Mein Ziel habe ich erreicht. Gratuliere. Oha. Oh Mann. Ich werde noch ein Video aufnehmen von Ivan. Oh mein Gott. Ivan sieht gut aus. Brutal. Oh mein Gott. Guck mal, wie viel Leben will ich? Okay. Die Zeit ist gekommen. Drogen, Medikamente. Steh... Ey, Lan. Hör mal auf. Oh yes, geht's los. Nastarowoy. Oh nein, Gott. Blöd. Steh auf Rocky. Boris heißt Rocky. Ey, was sind das für Scheißhunde? Die stressen überall. In jedem Spiel. Oh nein, ich bin tot. Das ging so schnell. Ich habe es nicht mal gemerkt. Kombo 43. Welle 3. Punkte. Ja, nicht schlecht. Ich bin gut. Oh mein Gott. Welle 3. Okay, Leute. Ich werde jetzt noch Ivan und Sergej, ich werde alle mal aufnehmen und dann hochladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Video wurde, oh mein Gott, ein bisschen kurz. Ja, aber ja, super Spiel, Leute. Kauft es euch. Nein, es ist wirklich geil. Macht viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.